Ja, habt ihr super gemacht. Okay, ich bin Jean-Rémy von Matt und Famous Angel der Wirtschaftswoche Unternehmer Show und ich habe mich für DoTank entschieden, weil mich das Konzept überzeugt hat und weil ich glaube, dass es clever ist, auf das Ende des Rabattgesetzes mit einer innovativen Idee zu reagieren und dabei das unheimlich dynamische Medium Handy zu nutzen.